Ja, hallo, ich bin Marco und ich wollte euch heute ein bisschen was über Freifunk erzählen. Freifunk ist eine Initiative, bei der wir größere freie WLAN-Netze bauen. Das heißt, wir bauen nicht nur bei uns zu Hause einen einzigen Freifunk-Router auf, beziehungsweise WLAN-Router auf, wie man so bei sich zu Hause so einen WLAN-Router rumstehen hat, sondern wir bauen irgendwie Netze mit ganz vielen WLAN-Routern, die dann auch miteinander kommunizieren können. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Genau, ich habe erstmal so ein paar Fragen mitgebracht. Und zwar wollen wir uns erstmal so ein bisschen so eine Welt vorstellen, in der Dinge anders sind, als sie jetzt bei uns vielleicht sind. Und zwar, was wäre denn, wenn wir zum Beispiel online miteinander kommunizieren könnten? Und zwar ohne einen Internetanbieter, bei dem man sich anmelden muss. Oder was wäre denn, wenn wir mit unseren eigenen Nachrichten, Filmen, Musik, Radiotationen, Blogs, Bilderdienste und so weiter, alle selbst betreiben könnten, ohne von einem großen zentralen kommerziellen Anbieter auf einen kommerziellen Anbieter angewiesen zu sein, wenn wir das einfach selbst machen. Und genau das sind so ein bisschen Fragestellungen, mit denen sich Freifunk beschäftigt. Wie können wir Netze anders bauen, wie können wir Internet irgendwie anders bauen, als es so bisher ist. Und wir haben uns ein paar lustige Sachen ausgedacht. Und genau. Wie sollte also Infrastruktur für unsere tägliche Kommunikation beschaffen sein, haben wir uns gefragt. Und wir haben so ein paar Kriterien irgendwie aufgestellt. So eine Kommunikation sollte natürlich öffentlich sein, das heißt, jeder sollte irgendwie Zugang haben zu diesem Kommunikationskanal. Sie sollte anonym zugänglich sein, also wir finden es irgendwie ganz cool, wenn jeder in diesem Netz kommunizieren kann, ohne irgendwie vorher sich mit einem Personalausweis registrieren zu müssen oder sowas. Selbstverständlich sollte diese Kommunikation unzensiert sein, das heißt, jegliche Zensur in so einem Netz ist immer nicht gut. Und sie sollte dezentral organisiert sein, das heißt, nicht irgendwie von einem einzigen zentralen Anbieter abhängen. Und sie sollte auch im Besitz der Gemeinschaft sein, das heißt, im Idealfall, und so machen wir das bei Freifunk auch, gehören eben die einzelnen Router, die in diesem Netz sind und dieses Netz bilden, nicht irgendwie einem großen zentralen Verein, sondern jedem einzelnen Freifunk und der Freifurgerin, die so einen Freifunk-Router eben selbst aufstellen. Genau, also was ist dieses Freifunk? Freifunk ist eine Initiative für freie Funknetzwerke und Freifunk ist ein Mitmachnetz, das heißt, wir wollen, dass Leute bei uns mitmachen, sich am Netzaufbau beteiligen und so ein Netz in Nutzerhand gestalten, wie wir das immer nennen. Also dieses Netz lebt eben davon, dass viele Leute mitmachen und sich selbst einbringen. Wir wollen nicht kommerziell sein, wir wollen keine kommerziellen Interessen verfolgen, wir sind also kein irgendwie regulärer, normaler, in Anführungsstrichen Internetanbieter. Wir wollen alle Daten gleich behandeln, das heißt, wir wollen das sogenannte Prinzip der Netzneutralität wahren, das heißt, nicht irgendwie Videos von einer Plattform irgendwie schneller durch unser Netz durchkommen lassen, schnell abspielen und Videos von einer anderen Plattform irgendwie nur langsamer behandeln, das heißt, Daten sind irgendwie Daten und alle Daten sind für uns gleich. Genau, wir wollen unsere Infrastruktur dezentral organisieren, das habe ich gerade schon so ein bisschen erwähnt. Ja, im Prinzip kein großer Internetknotenpunkt, sondern eben ein möglichst dezentrales Netz, in dem mehrere Wege zum Ziel führen. Ja, wie weit ist denn das so verbreitet? Also in Deutschland haben wir mittlerweile über 440 lokale Communities. Unsere Community ist einfach so eine Freifunkgruppe, die sich mit dem Thema beschäftigt und auch ein kleines eigenes Netz aufbaut und damit haben wir insgesamt mehr als 50.000 offene WLAN-Zugangspunkte in ganz Deutschland und das ist eine ganze Menge. Also es gibt irgendwie 50.000 Freifunkrouter, die hier irgendwo rumstehen, mit denen man sich einfach verhinden kann und direkt loszuhelfen kann. Ja, was ist Freifunk, wie sieht das denn so aus? Ich habe mal hier ein Bild mitgebracht aus Darmstadt. In Darmstadt ist es so, da ist der Hackspace, das CCC Darmstadt, ja, quasi direkt in der Fußgängerzone und wir haben hier, das sieht man hier ganz links auf dem Bild, haben wir so einen Richtfunkrouter an unsere Regenrinne montiert und der Router ist einfach dafür da, so ein bisschen die Fußgängerzone mit WLAN zu versorgen und ja, da können wir eben so ein bisschen, wenn Leute dann in der Fußgängerzone rumlaufen mit ihrem Handy, können die sich einfach in unseren Freifunkrouter verbinden und haben dann da Zugang zum Freifunknetz. Genau, so sieht das nochmal aus der Nähe aus, das sind eben diese zwei Geräte. Die dann an der Regenrinne hängen, einmal für die Einrichtung, die Wilhelminstraße nach oben und die Wilhelminstraße wieder nach unten. Das ist, ja, eine relativ kurzfristige Aktion entstanden. Wir haben aber diese Router da aufgehängt, war an sich kein so riesiger Aufwand, aber bringt eben vielen Leuten irgendwie einen großen Mehrwert da in der Fußgängerzone, freies Internet zu haben. Genau, wie kann das noch aussehen? Was ist Freifunk für uns quasi privat zu Hause? So ein Freifunkrouter kann auch bei euch zu Hause rumstehen. Das ist jetzt ein etwas älteres Modell, was aber immer noch von uns, ja, was man eben nutzen kann. Und genau, da spielt man dann eben auf, auf diesen Freifunkrouter drauf, das ist erstmal ein ganz normaler Router, den man so im Internet kaufen kann oder irgendwie bei seinem lokalen Händler kaufen kann. Da spielt man unsere Freifunksoftware drauf und dadurch wird der Freifunkrouter, oder wird dieser normale Internetrouter zu einem Freifunkrouter. Ja, und diese Freifunksoftware, die tun dann so einige Dinge, um diesen normalen Router in einen Freifunkrouter zu verwandeln. Und das schauen wir uns ein bisschen an, was denn da so passiert. Also so ein normales Netz, wie man es zu Hause hat, das sieht in etwa so aus. Das ist eine vereinfachte Darstellung. Wir haben in der Mitte diese große Wolke, die symbolisiert das Internet. Und dann haben wir irgendwie drei Privatwohnungen da dran, drei Internetanschlüsse mit einem normalen Router. Das könnten so Router sein, die ihr jetzt schon zu Hause stehen habt, mit eurem eigenen WLAN-Netz, mit vielleicht einem Passwort drin. Und die können erstmal natürlich nicht miteinander kommunizieren. Das heißt, wir haben so drei kleine private WLAN-Netze. So, und was passiert da jetzt? Wir hängen da diese blauen Freifunkrouter dran. Und wir haben jetzt jeden, hinter jeden, diese Internetanschlüsse, haben wir noch einen Freifunkrouter dran gehängt. Und wir sehen jetzt hier auf der linken Seite im Bild zum Beispiel, dass da irgendwie drei Freifunkrouter auch miteinander kommunizieren können, und zwar über WLAN kommunizieren. Das heißt, dieser eine Freifunkrouter, der ganz unten links im Bild, dieser blaue Freifunkrouter kommuniziert, oder ist irgendwie mit dem schwarzen, normalen Router zu Hause verbunden. Und gleichzeitig vermittelt sich ja auch bei WLAN kabellos mit anderen Freifunkroutern in der Nachbarschaft. Und dadurch, dass er mit den Routern in der Nachbarschaft kommunizieren kann, kann er darüber auch dieses WLAN vergrößern, erweitern und so ein größeres Netz aufbauen. Ja, und auf der rechten Seite im Bild haben wir nochmal so zwei Freifunkrouter, die jeweils auch an einem Internetanschluss angeschlossen sind, und die kommunizieren auch miteinander. Und das hat jetzt zum Beispiel den großen Vorteil, dass wenn jetzt einer der beiden Internetanschlüsse ausfallen sollte, dann können die Freifunkrouter miteinander kommunizieren, weiterhin dieses Freifunknetz aufbauen. Und da, wo eben das Internet ausgefallen ist, hat man immer noch Netzzugang, weil eben über diesen anderen Freifunkrouter immer noch eine Verbindung zum Internet besteht. Das heißt, hier sucht sich schon das Internet quasi seinen Weg zu uns, zu unserem Endgerät, und dort verkraftet auch so ein bisschen Internetausfälle. Genau, so kann das dann in groß aussehen, also wenn irgendwie ganz viele Freifunkrouter, die hier mit diesen weißen Punkten dargestellt sind, irgendwie in so einem Netz miteinander verbunden sind. Wir sehen hier immer diese Verbindungen zwischen den Routern, das sind einzelne kleine WLAN-Verbindungen zwischen den Routern. Und das sieht so ein bisschen aus wie so ein Sternbild quasi. Aber man sieht hier schon so ein bisschen, wenn hier einzelne Verbindungen ausfallen, dann findet man teilweise auch einfach einen anderen Weg, wie man dann doch noch von einem Router zum nächsten kommen kann. Und diese sogenannte Mech-Netzwerk-Architektur, so nennen wir das eben, wie so ein Maschenküterer Zaun, so ein bisschen sorgt dafür, dass dieses Netz sehr ausfallsicher ist. Das heißt, es gibt immer mehrere Wege von A nach B. Und ja, wenn eben ein Weg ausfällt, dann wird eben ein anderer genutzt. Ja, das ist so das gesamte Darmstädter-Freifunknetz in diesem Beispiel. Ja, zum Beispiel mal, man sieht, das ist schon relativ groß, es sind mittlerweile über 700 Router, allein in Darmstadt. Und das gibt es natürlich auch in vielen anderen Städten. Also, ja, mittlerweile in eigentlich jeder größeren Stadt findet man auch so ein Freifunknetz und eine Freifunk-Community, zu der man einfach mal hingehen kann, sich informieren kann und sich da auch beteiligen kann. Ja, eine Sache, die noch ein bisschen wichtiger ist bei so einem Freifunknetz, ist die Sicherheit. So ein Freifunknetz ist erstmal nicht verschlüsselt, das liegt einfach daran, dass wir natürlich irgendwie Zugang für jeden ermöglichen wollen. Wenn wir irgendwie ein Passwort setzen, dann kommt keiner mehr rein, dann ist irgendwie so ein bisschen das Ziel von dem Freifunknetz verfehlt. Aber das hat natürlich den Nachteil, dass wir uns ein bisschen selbst darum kümmern müssen, dass unsere Verbindung sicher ist. Und das tun wir am einfachsten mit sicherer Ende-Zahende-Verschlüsselung. Das heißt, wir verschlüsseln von Endgerät zu Endgerät. Und ganz praktisch ist das, wenn ihr eine Verbindung zu einer Webseite aufbauen wollt, sollte man irgendwie auf dieses HTTPS zum Beispiel achten. Das ist dann eine Verbindung, die von eurem Endgerät bis zu dem Server, auf dem die Webseite läuft, irgendwie aufgebaut wird. Und dann ist es gar nicht mehr so relevant, ob das WLAN, was da auf dem Weg zwischendrin liegt, unverschlüsselt ist, weil ja immer noch über das HTTPS eine andere Ebene der Verschlüsselung an der Stelle greift. Genau. Was sind denn so die Ziele von Freifunknetz? Wir wollen zum einen die Bevölkerung ein bisschen darin beteiligen, solche Netze aufzubauen und in der Entwicklung solche dezentralen Netze zu beteiligen. Wir wollen ein Verständnis von Kommunikationsnetzen fördern. Wir haben uns da so einen kleinen Bildungsauftrag gegeben, weil wir denken, dass es irgendwie ganz wichtig ist, dass man so ein ganz grobes Grundverständnis hat, wie solche Netze funktionieren. Nicht jeder muss irgendwie Experte sein und irgendwie so ein ganzes Netz alleine bauen können. Aber so ein bisschen eine grobe Vorstellung zu haben, wie funktioniert das Internet und was bedeutet das denn, wenn ich irgendwie von A nach B kommuniziere. Wie sieht das denn von der Architektur her ungefähr aus? Das ist glaube ich nicht verkehrt. Und wir wollen uns auch in gesellschaftlichen Initiativen beteiligen, um die Verbreitung solcher freien Netze natürlich zu unterstützen. Genau. Ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht, wie Freifunk noch in der Praxis aussehen kann, was wir noch alles so machen. Wir bauen zum Beispiel solche Richtfunknetze. Und das hat einen großen Vorteil, wenn wir zwischen den Dächern, auf den Dächern Router installieren, die miteinander kommunizieren, dann haben wir natürlich auch ein sehr redundantes Netz. Das heißt, ein Netz, was irgendwie doppelt ausfallsicher ist, weil eben noch mehr Verbindungen von A nach B existieren und auch über längere Strecken existieren, sodass man dann von einem Stadtteil in den nächsten kommt, ohne zum Beispiel über die klassische Infrastruktur, die schon in der Straße liegt, im Boden liegt, die ganz normalen Netzeileitungen kommunizieren zu müssen. Aber man hat auch so ein bisschen Lastverteilung. Und wenn wir irgendwie große Bandbreiten irgendwie auf verschiedensten Wegen transportieren können, dann haben wir natürlich immer eine größere Auswahlssicherheit. Und wir sind wahnsinnig unabhängig vom Internet, wenn sowas dann über der Stadt mal ausgebaut ist. Ein weiteres Beispiel, was wir so machen, wo man sich beteiligen kann, ist der sogenannte Gluron Firmenselektor. Das ist einfach im Prinzip eine Webseite, wo man für jedes Routermodell sich seine eigene Freifunksoftware runterladen kann. Gluron ist der Name von dieser Freifunksoftware. Und da kann man einfach oben sein Routermodell eingeben und kann dann schauen, ja, gibt es denn für mein Routermodell, was ich hier gerade noch zu Hause rumliegen habe, den Router, den ich eh nicht mehr brauche, gibt es dann dafür zum Beispiel schon diese Freifunksoftware und kann die sich dann einfach da runterladen. Genau, eine andere Sache ist, ja, ein Tool, nennt sich Fritzflash. Das ist einfach eine Software, um zum Beispiel so alte oder neuere Fritzboxen da eben mit Freifunksoftware zu bespielen. Da ist es leider nicht ganz so einfach, da eigene Software drauf zu bekommen. Und das ermöglicht eben dieses Tool. Also wer gerne so ein bisschen mit Hardware arbeitet oder irgendwie sehr Hardware nah arbeitet, kann sich das natürlich gerne mal anschauen. Ja, da geht es eben darum, ja, irgendwie sehr Hardware nah irgendwie Software auf solche kleinen Geräte drauf zu bekommen. Ja, wir entwickeln aber auch neue Mesh-Protokolle, also diese Protokolle, die eben dafür da sind, so einen eigenen Weg in so einem Netzwerk zu finden, wo viele Router miteinander verbunden sind und es viele Wege gibt. Da gibt es noch einige Probleme, was da irgendwie noch besser sein könnte, was toller sein könnte. Oder wo wir uns irgendwie vorstellen könnten, wie Dinge vielleicht irgendwie noch effizienter, noch besser gebaut werden könnten und größere Netze unterstützen. Das heißt, wir bauen auch an solchen, ja, ganz modernen Protokollen, ja, quasi der nächsten Generation mit und, ja, schauen da so ein bisschen, was denn da noch irgendwie verbessert werden kann. Ja, wir haben eine Kampagne gestartet, digitales R-Namen.jetzt, die sich politisch dafür einsetzt, so Initiativen wie Freifunk irgendwie als gemeinnützig anzuerkennen. Das ist tatsächlich in vielen unserer Communities auch ein bisschen ein Problem, weil es eben Arbeit mit Kommunen zum Beispiel erschwert und weil es irgendwie in vielen Städten irgendwie enormen Aufwand fordert, irgendwie so einen Verein abzuwickeln, statt eben sich an bestehenden und gemeinnützigen Vereinen anzugliedern. Und, genau, also wir sind auch ein bisschen politisch aktiv. Das hatte ich ja vorhin noch schnell erwähnt, dass wir uns an solchen gesellschaftlichen Initiativen irgendwie beteiligen, um, ja, so die ganz, die, ja, äußeren Umstände zu verbessern, um solche freien WLAN-Netze einfach selbst aufzubauen. Genau, Freifunk, Lebt von Mitmachen, wir sind kein Dienstleister, wir wollen also nicht irgendwie für euch ein Netz bauen, sondern wir wollen, dass sich irgendwie alle daran beteiligen. Wir freuen uns wahnsinnig über aktive Beteiligung der Community und das ist auch so ein bisschen der Sinn, dass wir alle zusammen, ja, freie Netze bauen und nicht irgendwie, ja, nur so ein paar Leute und je mehr Leute wissen, wie man so ein freies Netz aufbauen kann, desto coolere Netze können wir natürlich auch bauen. Das heißt, wir helfen gerne, geben gerne Wissen weiter und, ja, haben da immer sehr Spaß dran, irgendwie zusammen große WLAN-Netze zu bauen. Genau, ansonsten Happy Hacking, schaut gerne mal bei eurer lokalen Freifunk-Community vorbei. Auf freifunk.net gibt es so eine Übersicht, wo es denn überall Freifunk-Community sind, das sind wie gesagt schon ziemlich viele und sicherlich auch bei euch in der Nähe gibt es irgendwo eine Freifunk-Community, zu der ihr einfach mal hinschauen könnt oder vorbeischauen könnt und euch noch ein bisschen mehr informieren könnt, was das ist oder ihr kommt einfach nochmal zu mir und ich beantworte natürlich auch sehr gerne noch Fragen. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.